Auf über 10.000 Quadratmeter wurde hier ein grosses Projekt realisiert, das seinesgleichen in Vorarlberg sucht. Darin enthalten sind ein Hotel, ein Restaurant, eine Eventhalle und ein Catering-Unternehmen. Und gestern wurde es frisch eröffnet und heute dürfen wir hier zu Gast sein bei dem fünften ISG Golf Talk im Fernament in Rangweil. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir werden im zweiten Teil noch später auf dieses Fernament, was da hier entsteht, eingehen. Da werden wir noch hier zu Gast haben, den Ideengeber, den Hausherr Ernst Seidel. Beginnen möchten wir aber mit der Golf Trophy. Und zwar ist dort aktuell Halbzeit, zwei Turniere sind gespielt, zwei Folgen noch. Ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen mehr zurückzuschauen, aber auch auf das Gesamtergebnis zu schauen. Denn langsam wird es da auch spannend. Und da haben wir heute zwei Gäste eingeladen, die in ihren Kategorien die Führenden sind. Und die möchte ich jetzt Ihnen gerne vorstellen. Und zwar einerseits, sie ist Führende der Kategorie D. Sie ist ein bisschen eine Newcomerin, würde ich mal sagen, spielt D. Sie ist in einem Jahr Golf, vierfache Mutter und Mitbetreiberin der Kubebar in Bregenz mit ihrem E-Mann zusammen, Iris Albrecht. Hallo Iris, schön bist du unser Gast heute. Und der zweite Gast, den wir hier haben, er ist nicht mehr ein Newcomer. Das ist schon ein etablierter Golfspieler, in jungen Jahren schon. Du bist Studentin in Nürnberg, aktuell wohnst du hier. Ich bin froh, bist du heute mein Gast, Timo Zürn. Vielen Dank für die Einladung. Schön, seid ihr hier heute, Iris. Du hattest zwei ganz tolle Turniertage bisher aus 50 Punkten gespielt. Du bist ein Handicap am Reduzieren. Wie fühlst du dich? Ist es gut gelaufen bisher? Bist du zufrieden? Ja, mal bisher ist es gut gelaufen. Und ja, ich schaue mal, was dem Nächsten kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Turniere. Ich habe es erwähnt, du spielst erst seit einem Jahr Golf. Genau, ja. Was hat dich dazu bewogen? Also, mein Mann spielt schon vier Jahre. Und jetzt haben wir gedacht, unsere Kinder werden jetzt langsam grösser. Was machen wir zusammen in Zukunft? Und dann haben wir gedacht, ja, mache ich auch die Platzreife. Und das hat mich gleich gefesselt. Du wolltest dich nicht alleine auf dem Golfplatz lassen und gesagt, so, jetzt will ich auch mal mitgehen? Ja, nein. Also, es gibt ja viele Sportarten, aber eigentlich habe ich nicht gedacht, dass das Golf so toll ist. Ich muss jetzt ehrlich sagen, aber sobald man mal ein paar Schläge spielt und die Bälle, die flügelnd, dann ist man total gefesselt. Wenn es eine Begeisterungskala gibt zwischen 1 und 5, wo würdest du dich einschätzen? Also, ich bin schon sehr begeistert. Also, ich bin ganz sicher bei 5. Und jeder, der mal anfängt zum Spielen, es geht allen gleich. Wir Golfer sind, glaube ich, alle bei 5. Ja. Timo, das darf man schon sagen. 24 Jahre bist du jung und spielst schon Handicap 5. Wie bist du zum Golfen gekommen? Also, es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also, ich habe mit 11 angefangen zu golfen. Ich habe bei einem Kumpel übernachtet, ganz normal. Der hatte am nächsten Morgen Golftraining. Und ich bin einfach mal mitgegangen, weil ich damals habe mich schon Minigolf interessiert und ich wollte dann mal ins Golfen reinschnuppern. Und mir hat es dann wirklich so Spass gemacht, das Golftraining, dass ich mich dann entschieden habe, eben Golfen anzufangen. Und mache es auch immer noch super gern. Also, wie eigentlich die Iris schon gesagt hat, bei mir eigentlich auch von 1 bis 5 würde ich mich auch eher bei der 5 einordnen. Ja. Ich meine, es sind beide vom Golfklub Weissensberg. Ist das jetzt Zufall oder ist das Talentschmiede, dieser Golfklub? Was würdest du sagen, Timo? Also, ich würde sagen, der Golfklub Weissensberg, der tut sich so ein bisschen rauskristallisieren aus den anderen Golfklubs durch seine Schwierigkeit. Im Umkreis von den anderen hier, was es so gibt, Rangweil oder Lindau oder auch Gams, da ist halt schon deutlich, dass unsere eine der schwereren ist. Und unsere war auch mal vor ein paar Jahrzehnten noch der drittschwerste in Deutschland. Der ist dann aber ein bisschen zurückgestuft worden, weil Sachen verändert wurden oder auch neue Plätze gebaut worden sind. Und ich würde aber auch sagen, andererseits eben, dass bei uns die Atmosphäre im Club also eine relativ lockere ist, im Vergleich vielleicht zu manchen anderen Clubs noch. Wir haben es eigentlich immer recht witzig und das ist eine super Atmosphäre da. Weissensberg war die letzte Station, die erste war Rangweil und wir wollen jetzt doch mal ein paar Impressionen anschauen von diesen ersten zwei Turniertagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir wollen uns so gesehen ins Ziel retten oder spielen und genau in GAMS bin ich sicher dabei und ich denke mal auch ein Brand im September. Sehr gut, dann freue ich mich, dann sehen wir uns dort wieder. Bis dahin alles alles Gute euch beiden, viel Spass und dann bis bald, macht's gut. Ja und wir sind bald zurück wieder, dann haben wir einen spannenden Studiengast und dann sprechen wir ein bisschen da über dieses Element. Bis zum nächsten Mal. Wie angekündigt ist er jetzt bei uns, der Hausherr hier, viele kennen ihn groß, vorstellen muss ich ihn wahrscheinlich kaum mehr. Premium Caterer Ernst Seidel, schön bist du zu Gast heute in der Sendung. Vielen herzlichen Dank. Nicht selbstverständlich natürlich, es ist der Öffnungstag, es ist sehr viel los, wie läuft's bisher? Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Bauzeit hinter uns und heute ist endlich der große Tag, das heißt die ersten Gäste kommen zur Tür herein, fühlen sich wohl, lachen, trinken, essen, haben eine gute Zeit und dementsprechend fühlt man sich als Gastgeber. Ja, natürlich. Weltklasse. Weltklasse, ja. Ich meine, du hast schon zwei Kinder, oder? Ist das wie so ein bisschen dein drittes Baby? Fühlt sich das ähnlich an oder ist das nicht so vergleichbar? Nein, Kinder sind das absolut Größte für mich. Ich bin ein Familienmensch mit meiner Frau. Ich hatte gerade vor zwei Monaten silberne Hochzeit. Das ist der Spaß daran. Also dieses Firmament, das lädt zum Größerdenken, zum Weiteren ohne Grenzen. Das ist wirklich ein Produkt, wo den Leuten Freude machen soll und wo uns weiterbringen soll. Wie ist die Idee eigentlich entstanden grundsätzlich? Du kommst ja von einem anderen Gebiet, du bist ein Caterer und es ist plötzlich so ein Firmament. Wie ist das entstanden? Naja, als Caterer denkt man sich immer in andere Personen hinein. Was wünscht sich diese Person? Wie kann man ihm helfen? Als wir dann 2014 die ersten Olympischen Spiele gemacht haben und 2016 und 2018 wieder, da ist die Firma Gott sei Dank die richtige Richtung gegangen. Wir polarisierten, wir haben sensationelle Mitarbeiter gefunden und aus der Not geboren wurden unsere Produktionsräume einfach zu klein. Also aus der Not geboren muss das neue Produktionsräume. Wir suchen und hast gedacht, jetzt baue ich das für einen Moment. Genau. Jetzt machen wir doch gleich was Anständiges, was Schmerdiges. Wenn wir schon eine neue Produktion bauen, dann stellen wir doch gleich eine Halle dazu, damit die Gäste auch zu uns kommen können. Ja. Zweiter Schritt war so, jetzt haben wir die Halle. Naja, da passt doch ein wunderbares Hotel dazu. Dann können die Leute gleich hier übernachten, die Gäste. Ja. Und dann ist das Ganze geboren und innerhalb der letzten drei Jahre hat das natürlich in irrsinnigen Feinschliff erfahren. Ja. Wir sind hier in Rankeweil, wir haben einen Autobahn-Vollanschluss, wir haben 143 Zimmer, ein öffentliches Restaurant, wie gesagt eine mega Eventhalle. Ja. Was sprichst du da für Kunden an? Sind das primär Filmenkunden oder jede Art von Events? Definitiv, wir sind ein Business-Produkt. Ja. Wir haben 143 wirklich schlank und toll eingerichtete Zimmer, aber wir sind einfach im Mittelpunkt von Vorarlberg. Ja. Das bedeutet, wir sind auf der Suche nach den Firmen im süddeutschen Raum, den Firmen im Schweizer Raum, die holen wir hierher für eine Vertriebsdaten, für einen Kongress zum Beispiel. Es gibt ganz wenige Orte in dieser Umgebung, wo die Firmen wirklich mit ihren Mitarbeitern zu uns kommen können, wo sie die Möglichkeit haben zu nächtigen, zu feiern und vor allem sich zu schulen. Und Teambildung zu betreiben, habe ich gelesen. Natürlich. Teambildung sind wir feiern. Alles, was mit Feiern und Teambildung zu tun haben, ist unsere Leidenschaft. Ja. Und man kann auf den Acker gehen zusammen, habe ich gelesen. Ja, wir haben einen Acker selbstverständlich, wir haben einen alten Steyr Traktor 1957 und da draußen einen wunderbaren Gemüsegarten und Kräutergarten. Und da kann man gemeinsam so den Acker bearbeiten und da ein bisschen, das ist alles möglich. Ja, richtig. Aber natürlich vieles anderes ist auch selbstverständlich, oder? Ja, wir haben 80 Kooperationen geschlossen. Das heisst, das sind kleine Nischenplayer im Bremser Wald oder in Selvretta Montafon. Wie gesagt, durch die zentrale Nähe hier mitten im Rheintal. In 16 Minuten stehen wir am Bodensee, in 20 Minuten in Montafon. Als Ausgangspunkt sind wir der ideale Ort. Firmament, das heisst Grenzenlosigkeit. Das heisst, es hat keine Grenzen, Menschen verbinden sich, das liest man. Wie zeigt sich das hier? Wie soll man das spüren? Ja, wir haben einen Ort gebaut, wo nach oben offen ist. Die Halle hat 11 Meter Raumhöhe. Die physischen Grenzen befinden sich nur im Kopf. Wenn man weiterdenkt, hier ist ein Ort, um sich zu vernetzen. Hier treffen sich Geschäftsleute, hier treffen sich Businessreisende. Am Wochenende sind die Urlaubsreisenden, die Golfreisenden selbstverständlich bei uns. Wir haben einen Familientisch eingerichtet. Die Leute sollen kommunizieren, die sollen hier herkommen und eine gute Zeitbeweisung haben. Ja, ich meine, du denkst groß. Du hast auch in der Zeit der Corona, die nicht so einfach war, habe ich gelesen, du hast die Leute weiter beschäftigt. Du hast gesagt, die sollen sich weiterentwickeln. Ihr habt euch jeden Morgen getroffen da. Und ihr habt so eine Masterclass entwickelt. Was war das für ein Projekt? Also die Masterclass ist etwas... Schon speziell. Absolut. Durch unsere europäischen Einsätze haben wir Connections und Netzwerke auf der ganzen Welt geschlossen. Das heißt, wir haben Netzwerke mit Tourismus-Schulen in Sao Paulo, in Rio, in Tokio. Und die schicken ihre Abgänger zu uns. Wir bilden diese Köche von einem normalen Koch zu einem Catering-Koch aus. Ja. Das heißt, die jungen Menschen aus der ganzen Welt sind drei Monate bei uns. Sind zwei Monate genießen sie die Ausbildung hinten in unserer großen Catering-Küche. Und im letzten Monat ist diese Showküche in unserem Restaurant ihre große Bühne. Ah, super. Da werden sie promotet. Da spielen sie alle Stücke, die ihres Landes wert sind, was sie können. Super, ja. Und das ist auch in der Zeit von Corona entstanden, diese Idee. Ja, selbstverständlich. Ja. Da hat man Zeit zu denken. Da hat man Zeit, sich neu zu fokussieren. Wo geht die Reise hin? Wie kann ich der Region etwas Positives bieten? Ja. Du hast aber auch jeden Monat einen anderen Koch hier, habe ich gelesen. Ja, das sind genau diese Leute. Das sind diese Leute, ja. Wie gesagt, die haben zwei Monate Ausbildung und im dritten Monat sind sie der Star in dieser Showküche. Heute Abend ein junger Herr aus Peru, der kocht Ceviche und ein tolles Rindergericht. Die Winothek, die ist natürlich auch hier, die gibt es natürlich auch. Das gehört zu einem guten Restaurant, eine gute Winothek. Und ich konnte Oliver Bertsch, den Geschäftsführer der Winothek, heute kurz vor der Sendung interviewen und fragen, wie es denn ihm so geht. Es war ziemlich turbulent. Es lief schon ziemlich viel, aber wir konnten ihn kurz fragen. Ja, jetzt ist er da, der Oliver Bertsch. Er ist der Weinschef hier in diesem Hause von Bewanda Weine. Das ist nicht der erste Shop von Bewanda. Bewanda ist gegründet in Dombien. Wir haben in Dombien eine sehr große oder die größte Winothek Österreichs vor sieben Jahren gestartet. Aufgrund der Leidenschaft ganz etwas Neues gemacht. Die Philosophie ist bei uns, man kann sich einen Wein aussuchen, ja. Aber wir zeigen gerne neue Sachen. Ich habe in Dombien selber 120, 130 Weine offen, wo jeder einen Wein verkoschen kann. Und was ist hier so speziell? Ist das Konzept genau gleich hier im Moment? Ähnlich. Wir sind ein bisschen kleiner, ein bisschen schmäler. Somit nicht die ganze Auswahl. Aber man kann auch gewisse Weine von Dombien hierher bringen lassen. Also dort sind wir flexibel. Aber es gibt auch mehrere Weine. Jetzt sind so 40 Weine offen, wo man ein bisschen probieren kann. Unsere Weine sind aber grundsätzlich ein bisschen andere Weine. Wir importieren alle Weine selber und schauen ein bisschen auf die Stars in diesen Ländern. Das heißt, relativ unbekannt bei uns, aber in diesen Ländern sind sie Stars. Und solche Sachen versuchen wir zum Reinholen. Dann reist doch selber viel in diese Länder. Ich bin früher sehr viel gereist, 18 Jahre lang in der ganzen Welt gereist. Und habe eben solche Sachen kennenlernen dürfen. Und das habe ich irgendwann zusammengeschrieben und zusammengetragen mit der Bewanderung. Und zusammen auch mit Spiritosen selber Schnapsbrennern, also gelernt beim Vater. Die Affinität ist schon aus den Kinderschuhen, muss man fast sagen, so hergekommen. Von dieser großen Erfahrung kann man hier profitieren. Wie kommt man hierher? Kann da jeder einfach reinlaufen? Der Shop selber ist für alle zugänglich. Also es ist ein normaler Gastronverkauf. Ich kann sowohl eine Einzelflasche kaufen, aber auch Karton. Wir haben ein großes Lager auch hier. Also man kann Kartonweise kaufen, sehr gerne natürlich. Oder Spiritosen probieren. Jeder. Der Gast im Firmament oder im Restaurant, der kann auch die Weine auswählen. Kleines Servicegeld dazu und kann diese Weine direkt rausnehmen. Oder wir servieren das. Beide Kühlschränke sind temperiert. Der Weißwein ist auf 7 Grad und der Rotweinschrank ist auf 16 Grad, glaube ich. Alles ist hergerichtet. Dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg und nach wie vor einen sehr guten Start. Vielen Dank. Ja Ernst, Wein ist auch wichtig. Für wen der Tauch ist auch ein Produkt, das auf der ganzen Welt verteilt ist. Wie wichtig ist für dich Wein? Naja, ich bin halber Steirer. Das heißt, meine Onkels und meine Familie haben Weingut in der Südsteiermark. Deshalb, ich bin eben nicht mit Wein aufgewachsen, selbstverständlich, sondern mit Muttermilch. Aber Wein ist eines meiner Lieblingsthemen. Dementsprechend habe ich das natürlich auch hier ins Restaurant mit reingepackt. Und auch coronamäßig bedingt, wie mache ich das am besten? Wie kann ich den Kunden die meiste Satisfaction bieten? Mach das Ding gemeinsam mit einem absoluten Profi. Geh zum Weinhändler und frage ihn einfach, ob er kein Interesse hat, mitten bei dir im Restaurant eine Weinhandlung zu eröffnen. Eine Weinhandlung mit einem physischen Sommelier mit 400 verschiedenen Weinen, voll auf Temperatur runtergekühlt, trinkfertig zum Genießen. Und das ist dabei entstanden. Sehr schön, ja. Aber, du hast es auch schon erwähnt, du bist auch Golfer. Ich habe vorhin zwei Golfspieler hier gehabt, ein Newcomer in Iris. Du spielst auch hier seit kurzem, richtig? Ja, selbstverständlich. Ja. Wir sind ein Golf-Partner-Hotel. Ja. Deshalb war für mich natürlich wichtig, die Grundkenntnisse zu erlernen, damit ich weiß, um was es geht. Ja. Die Platzreife hast du. Die Platzreife habe ich. Ich habe mich in einem Jahr von Handicap 54 auf 52 runtergespielt. Immerhin, ja. Ja, immerhin, oder? Ich weiß nicht, ob es noch eine Stufe tiefer geht, aber wir werden sehen. Die Golf sind ja alle so richtig angefressen. Hat es dich auch schon gepackt? Das Golfheber? Ja. Ah, das Golfheber. Natürlich. Wenn man am Platz steht, dann ist man natürlich mittendrin. Man will die kleine Kugel versenken, wobei die Fähigkeiten natürlich im ersten Jahr dementsprechend beschränkt sind. Und du hast doch vieles anderes zu tun jetzt, oder? Mit den ganzen Vorbereitungen und so. Ja. Golf ist eine absolut tolle Sache. Man trifft nette Leute, ist an der frischen Luft, man bewegt sich. Ja. Ich sehe das Ganze trotzdem nicht allzu ernst. Ja. Ja, Golf, nicht nur die Spieler haben Halbzeit bei der Golftroffi, selbstverständlich auch die Turnierdirektion. Und das ist nicht der Günter Heberlin. Mit dem konnte ich vorher sehen und kurz über sein Resümee über diesen zwei Turniere sprechen und vor allem, was noch kommt. Hallo Günter, schön, bist du da heute. Ja, hallo Rita, servus. Zum ersten Mal im Firmament auch. Wie gefällt es dir? Ja, ist super. Ganz eine tolle Location, was da der Ernst Seidel gemacht hat. Wirklich herrlich. Tolle Atmosphäre. Ganz schön. Die Golftroffi, es ist Halbzeit. Die ersten beiden Turniere sind gespielt. Was ist dein Resümee? Ja, es ist ein ganz tolles Echo von den Teilnehmern, aber auch von unseren Sponsoren. Es hat eine irrsinnige Eigendynamik hergenommen, eine volle Begeisterung auch bei ihnen. Bei denen möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken, weil ohne die wäre das Turnier nicht möglich. Das ist eine coole Geschichte und wir freuen uns schon auf den nächsten zweiten Turnier. Es geht gleich weiter am 8. August in Gamswerdenberg. So, was sind deine Erwartungen? Ja, Gamswerdenberg wird eine ganz coole Geschichte. Wir haben mit Sonne in Mellau ganz tolle Tagespreise, sensationelle Geschichten. Insgesamt sind jetzt schon über 100 Teilnehmer angemeldet. Es sind also nur noch wenige Restplätze. Ja, wird eine super Sache. Da muss man sich beeilen. Aber kann man sich überhaupt noch anmelden? Ja, auf alle Fälle. Also beim Golfclub Gamswerdenberg sind wir jetzt ausgebucht. Aber es gibt auf unserer Homepage unter anmeldung.isgsport.com noch die Möglichkeit, sich für das Turnier zu melden. Das Golfstudio, Günther, das nimmt langsam auch Fahrt auf. Wie steht es da? Ja, wir haben in Götzis jetzt mit den Bauarbeiten begonnen. Das wird auch eine lässige Sache. Auf 630 Quadratmeter entsteht ein ganz tolles Simulatorstudio und eine tolle Parting-Area. Golfzone-Turniersimulatoren sind schon verschifft und auf dem Weg zu uns nach Österreich. Und sollte planmässig fertiggestellt sein? Ja, wenn die Pandemie uns nicht weitere Haken hineinschlägt, sollte im November eigentlich dort gespielt werden können. Dann hoffen wir das Beste, Günther. Alles, alles Gute auch für die nächsten Turniere und einen schönen Abend noch. Tschüss. Vielen Dank. Ja, Ernst. Der Start ist Erfolg. Das läuft richtig schon. Was ist weiter geplant noch? Aktivitäten oder beginnt jetzt der normale Betrieb? Nein, jetzt kommen die ganzen Anfragen der Catering-Kunden und der Vertriebskunden und der Firmen Gott sei Dank von außerhalb. Also wir sind täglich damit beschäftigt Angebote zu stellen, Firmen zu uns zu holen, tolle Angebote zu stellen. Spätestens im Herbst geht es richtig los hier. Die Zimmer werden gut gebucht, die Halle ist gut gefüllt. Ja, wir werden unser Bestes geben, um glückliche Menschen hier raus schmerzieren zu lassen. Ja, das spürt man auch richtiggehend. Ja, das ist gut. Wir sehen uns spätestens am 13. November wieder. Da ist die Schlussveranstaltung der ISG Golf Choffie. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die genau hingehört haben, wir sind nicht zufällig hier. Ja, und hier sind wir in der Event-Hall des Firmamentes. Da findet eben diese Abschluss-Gala statt dieses Jahr mit Mario Pekararo, grosser Tombola und vieles mehr. Sei dabei! Ja Ernst, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, weiterhin viel Glück und dann sehen wir uns bald. Reto, vielen herzlichen Dank. Günter Heberlin hat es gesagt, ein paar wenige Plätze gibt es noch für Gams Werdenberg. Also wer noch Zeit hat und kurz entschlossen ist, kann sich selbstverständlich anmelden. Ansonsten sind wir auch hier wieder live dabei, wie immer am Turniertag. Ich wünsche dir einen ganzen schönen Abend und bis bald. Macht's gut! ��ats Fall 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020